Kapitel 4 Sie apparierte auf das Grundstück des Crowns. Nochmal prüfte sie, ob alles perfekt saß. Pansy hatte ihr das perfekte Outfit rausgesucht. Heute trug sie ein kurzes, enges, schwarzes Kleid mit Spitze über dem Dekolleté, dazu Strümpfe und Louboutins. Ihre Haare hatte sie in einem simplen Knoten zusammengesteckt und ihre Lippen rot geschminkt. Nichts dem Zufall überlassen. Sie will sich heute an Not hängen und Pansy den ganzen Abend lang meiden. Das war der Plan. Sie betrat den luxuriösen Club. Guten Abend, Miss Granger, darf ich Ihnen Ihren Mantel abnehmen? fragte der Kellner am Empfang höflich. Hermine setzte ihr charmantestes Lächeln auf und gab ihre Garderobe ab. Wahrscheinlich werden ihr am Ende des Abends die Mundwinkel schmerzen. Drinnen hielt sie direkt auf den üblichen Tisch zu. Dort saßen schon Pansy, Craig und Not. Malfoy und Blaze waren noch nicht da, also hatten sie einen kleinen Vorsprung. Mit ihrem strahlendsten Lächeln begrüßte sie alle in der Runde und wandte sich anschließend mit einem verführerischen Augenaufschlag Not zu. Sie wusste, wie man Nots Aufmerksamkeit für sich gewinnt. Theodor, wie ist ein Forschungsfortschritt? fragte sie interessiert. Theos Augen fingen an zu leuchten. Wenn es ein Thema gab, das Theo ohne Punkt und Komma diskutieren konnte, dann waren es seine Forschungen. Not arbeitete als Heiler für das Sankt Mungo, betrieb nebenbei aber auch unabhängige Forschungen, die er aus seinem Erbanteil finanzierte. In der Hinsicht war Hermine mit Not auf einer Wellenlänge. Ich konnte erfolgreich eine Versuchsreihe abschließen. Ich kann auch nicht über die Ergebnisse sprechen, aber wenn alles gut läuft, werde ich ein Patent bald anmelden können. Sie unterhielten sich für eine Weile und Not versuchte tatsächlich mit ihr zu flirten, was sie sehr niedlich fand. Gleichzeitig tat es ihr etwas Leid, den schüchternen und liebenswerten Not für ihren Plan heute auszunutzen, auch wenn er nur ihre Deckung war. Sie konnte Sabine riechen, bevor sie ihn hören konnte. Sein frisch-herber Duft umwehte ihre Nase und sie fühlte einen Stich im Herz. Blaze hatte sie damals aus ihrem Loch geholt. Er verstand sie blind. Aber nun würde sich alles ändern. Er räusperte sich und Hermine sammelte sich und versuchte, ein so charmant, notales Gesicht aufzusetzen, wie nun möglich. Langsam drehte sie sich um und blickte Blaze ins Gesicht. Er sah umwerfend aus und lächelte, sein strahlend weißes Lächeln. Daneben stand Malfoy, ruhig und zurückhaltend. Hermine tauschte mit Pansy einen Blick aus. Sie drehte sich zu Malfoy und versuchte, ihn so verführerisch wie möglich anzublicken. Elegant nickte sie ihm zu. Malfoy! Ein Lächeln umspielte ihre Lippen. Granger! Begrüßte er sie tonlos. Er hatte einen angespannten Zug um den Mund. Malfoy hatte sie also erkannt. Die Atmosphäre schlug schlagartig um und Hermine merkte, wie jeder gespannt sie beide musserte, jederzeit bereit dazwischen zu gehen. Die Spannung war greifbar. Sie betrachtete ihn genauer. Malfoy war attraktiv. Er hatte einen muskulösen Oberkörper, porzellangleiche Haut und seine Haare fielen ihm in einer leichten Welle ins Gesicht. Sie konnte nachvollziehen, wie Pansy ihm damals verfallen konnte. Mit langen, eleganten Fingern hielt er sein Whiskyglas. Malfoy war wohl die Personifizierung von nicht alles, was glänzt, ist Gold. Als sie es wagte, ihm in die Augen zu blicken, konnte sie darin kein Gefühl erkennen, nicht einmal abscheu. Als wäre er eine Wachsfigur. Sein Mundwinkel hob sich leicht. Eine Muggelgeborene im Club, dass ich das noch erlebe. Er klang spöttisch, seine Augen blieben aber weiterhin ohne jegliche Emotion. Malfoy war unmöglich zu lesen. Ihr Plan würde sich wohl schwerer gestalten, als sie gedacht hatte. Auch Malfoy hat eine Schwachstelle. Hermine schluckte ihren Stolz runter und schenkte ihm ihren verführerischsten Augenaufschlag. Ich bin eine Dame der Gesellschaft hier. Sein Lächeln wurde noch breiter, erreichte aber nicht seine Augen. Was spielte er hier? Ihre eigene Show ekelte sie langsam an. Dann freue ich mich, sie in dieser Gesellschaft begrüßen zu dürfen, Miss Granger. Sein Blick verdüstete sich minimal, was ihr dennoch nicht entging. Er prostete in ihre Richtung zu. Was freundlich klingen sollte, hörte sich aus seinem Mund wie eine Warnung für sie an. Hermine war beunruhigt. Malfoy war allglatt. Er verriet keine Emotionen. Ein Schauer lief ihren Rücken runter. Der Abend schritt voran und sie unterhielten sich mal mit Blaze, dann mal mit Nott und mit Pansy wohlweislich, die den ganzen Abend an Malfoys Lippen hing. Ab und an bemerkte sie Malfoys studierende Blicke, von denen er wohl dachte, sie würden unbemerkt bleiben. Sie musste ihm heute einfach näher kommen. Sie musste irgendeine Art von Beziehung zu ihm aufbauen, um ihn einschätzen zu können. Malfoy macht keine Fehler. Er hat ja auch gutes Training beim verrückten Riddle. Nach ihrem dritten Whisky brauchte sie frische Luft und ihrem Mundwinkel eine Pause vom Dauerlächeln. Sie ging vor dem Eingang des Clubs und zündete sich eine Zigarette an. Sie musste sich dringend etwas einfallen lassen. Verdammt, sie hatte den Verrückten besiegt, da wird Malfoy wohl nicht so schwierig sein. Aber den ganzen Abend studierte sie sein Verhalten. Pansy hatte Recht. Er war gefährlich. Er war skrupellos. Er schien überhaupt keine Emotionen zu besitzen. Draußen war es totenstill. Kein Geräusch war zu hören und Hermine erlaubte sich zu entspannen und einen tiefen Zug zu nehmen. So blieb der sich nähernder Schatten unbemerkt. Gerade als sie zu Ende geraucht hatte und ihre Zigarette ausdrücken wollte, wurde sie mit Schwung an die Wand des Crowns hinter ihr gedrückt. Ihr Kopf schlug hart an der Steinwand auf und ihr wurde ganz schwarz vor Augen. Seit dem Krieg schien sie alle ihre Instinkte verloren zu haben. Oder es waren die verdammten drei Whiskys. Sie öffnete vorsichtig ihre Augen und bemerkte, dass eine kalte Hand auf ihren Mund gepresst war. Seine platinblonden Haare leuchteten in der Dunkelheit. Wie konnte sie sich nur für einen Moment entspannen, wenn Malfoy in unmittelbarer Nähe war? Ein anderer Teil von ihr wurde zunehmend immer neugieriger, was Malfoy mit seiner Attacke auf sie vorhatte. Immerhin war es ihm jetzt maximal nahe, denn er drückte sie mit seinem Oberkörper an der Wand fest. Sein Atem ging flach. Er schien darauf zu warten, was sie als nächstes tat. Hermine blieb ruhig. Pansy würde merken, wenn beide fehlten, also hatte sie nichts zu befürchten. Zumindest rittete er sie sich ein. Fragend zog sie eine Augenbraue nach oben. Das schien Malfoy aus dem Konzept zu bringen. Wahrscheinlich hatte er damit gerechnet, dass sie schreien würde und ihn anbetteln, ihn nichts zu tun. Fast hätte sie von dieser Naivität die Augen verdreht. Seine Augen verengten sich und er beugte sich runter zu ihrem Ohr. Sie konnte seinen frischen, minzigen Duft riechen und seine Muskeln gegen sie gepresst spüren. Alles an Malfoy ist sexy. Was dachte sie da? Der Schlag musste ihrem Gehirn ordentlich zugesetzt haben. Was willst du von mir? Zischte er in ihr Ohr, was sie erschaudern ließ. Konnte er dahinter gekommen sein? Oder war er nur paranoid? Ihre Erfahrung aus Hogwarts sagte ihr, dass wahrscheinlich Letzteres zutraf. Und überhaupt war er derjenige, der sie alleine abpasste und gegen eine Wand drückte. Sanft drückte sie ihre Hände gegen seine Brust, um ihn wegzuschieben. Erst jetzt schien er zu bemerken, dass er sich gegen sie gedrückt hatte und wich zurück, als hätte er sich verbrannt. Als seine Hand ihre Lippen verließ, konnte Hermine einspottisches Grinsen nicht verkneifen. Ruhe musste Malfoy aus dem Konzept bringen. Verfolgungswahn, Malfoy? Halt dich von mir fern, Schlammblut! Spiel er. Er drehte sich um und verschwand in der Dunkelheit. Schon lange hatte sie niemand mehr Schlammblut genannt. Es stach leicht in ihrer Brust. Eigentlich sollte sie daran gewohnt sein, aber Malfoy brachte all die Erinnerungen aus der Schulzeit zurück. Den Krieg. Den Hass. Als sie wieder ins Gebäude zurückkam, fing Pansy sie ab. Ihre Augen suchten Hermines Gesicht ab. Wahrscheinlich war ihrer beiden Abwesenheit nicht unbemerkt geblieben. Hat er dir was getan? flüsterte sie hektisch. Hermine versuchte, so ein entspanntes Gesicht auszusetzen wie möglich, obwohl sie innerlich zitterte. Malfoy hatte ihr für einen Moment Angst gemacht. Sein Blick war psychotisch. Er sah aus, als wäre er zu jedem Zeitpunkt zu einem Avada Kedavra bereit. Unterschätzte sie ihn? Sie durfte nicht vergessen, dass das ein Mann war, der die 16 Todesser nach Hogwarts gelassen hatte und den Mord an Dumbledore geplant hatte. Wahrscheinlich besaß er einen Folterkeller, in dem ein Mogel folterte und diese auf dem Gelände des Manors vergrub. Diesem Psycho traute sie alles zu. Alles gut, Pansy. Wir haben uns nur kurz unterhalten. Sie lächelte so unbekümmert wie möglich. Die Woche zog sich hin. Er war ruhelos. Was hatte er sich nur dabei gedacht, sie anzugreifen? Jetzt würde sie nur noch Verdacht schöpfen. Er konnte einfach nicht anders. Alleine zuzusehen, wie sie sich im Club verhielt, wie ein Fisch im Wasser. Er hatte die Kontrolle verloren. Er hatte sie vor dem Club beobachtet, wie sie entspannt eine geraucht hatte, wie sie aussah wie eine Nutte. Und wie sie sich angefühlt hatte, als er sie gegen die Wand gedrückt hatte. Sie war schlank. Und wie sie gerochen hatte. Eine verführerische Mischung aus Iris, Whisky und Zigarettenrauch. Schon wieder wurde er hart. Was war nur los mit ihm? Warum verlor er immer die Kontrolle, wenn es um sie ging? Warum erkannte er sie überhaupt nicht mehr wieder? Wo war die Besserwisserin in ihren unförmigen Klamotten, die alle Elfen befreien wollte? Sie blieb so ruhig, als hätte sie nur auf ihn gewartet. Nichts mehr war von der alten Bücherwurm Granger aus seinen Schultagen übrig. Er hatte beobachtet, wie sie charmant alle seine Freunde im Club um den Finger gewickelt hatte. Sogar Pansy schien ihre Fede mit ihr beigelegt zu haben. Greg hatte über ihre Witze gelacht. Ihm wurde übel. In ihren Augen konnte er keine Emotionen erkennen, nicht einmal Hass. Sie wirkte leer, kalt, überlegen. Sie hatte die Situation vollkommen unter Kontrolle. Lucius hatte recht, sie war eine ernstzunehmende Konkurrenz. Sie machte ihn wütend. Er hätte ihr die Hand statt ab dem Mund besser auf den Hals legen müssen und dann ganz langsam zudrücken. Seine Gewaltfantasien mit Granger mussten aufhören. Verdammt, er hatte doch eine Therapie hinter sich. Er träumte nachts davon, sie wund zu vögeln auf dem Tisch im Manor, auf dem diese Burbage von Nagini gefressen wurde. Das hätte was. Er schüttelte den Kopf über seine eigenen Gedanken. Granger gehörte weg aus seinem Leben. Er brauchte dringend eine kalte Dusche. Träume Das war ein Dez 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 Vielen Dank.